Die Fiffis sind gerade nicht da. Hoffen wir doch mal, dass dann gleich noch welche hier auftauchen. Die sind meistens in den Gängen zuerst, also in den Seitengängen zuerst drin. Vorne war keiner. Ich höre aber auch keinen. Hörst du einen? Was? Von diesen Viechern? Nee. Nee, ne? Ach, für welchen Erfolg ist man hier nochmal rein? Wo immer die ganzen kleinen Viecher da... Hör auf! Hör mir auf! Du möchtest nicht wissen? Ich hab's versucht, aber ich hab, glaub ich, diesen Erfolg nie bekommen. Der war ja für die Gilde. Ich bin hier mit dem Schurken durch. Dolchfächer und Hagibin. Na? Also hier drin ist nix. Nee, dann haben die gerade eben... Guten Tag! Tag. Gerade eben erst getötet. Dann warten wir vielleicht auch besser vorne auf den Respawn. Oh, ich könnte auch hinten auf den Respawn warten, weil... Dann können wir... Ich bin so und so gerade wegen dem Erz hier am rennen. Ja, ja, dann renn du mal den Erz. Da ist schon mal einer. Hier hinten rechts ist schon wieder einer. Ich lauf jetzt einfach mal durch und hol mir das Erz erstmal. Und dann seh ich ja... Da war auf jeden Fall schon wieder einer. Ja, ich warte jetzt aber. Ich kill den jetzt nicht einfach, weil sonst kriegst du wieder nix. Und das wollen wir ja vermeiden. Hier hinten ist auch alles voll. Sollen wir von hinten anfangen aufzuräumen? Dann fangen wir von hinten an aufzuräumen. Augustus der Mischuge. Ich heiße Augustus und meine Preise sind irre. Aha. Guck mal. Augustus der Mischuge. Geiler Name. Also, muss ich ja... Da kommt der Nächste. Ich nehm dann mal eben das Erz. Ja, ja, mach du nur. Du, du machst das schon. Ich habe kein Ziel. Ich habe... Ja, du musst auch in die Richtung gucken, Mädchen. Mann. So, da war nix. Ne, der wollte dann, glaube ich, gerade wieder rein. So. Das Erz ist oben drauf. Glaube ich. Ja. Warte, da ist noch ein... Da ist noch ein Kräutchen. Achso, ein Kräutchen. Ich denke gerade... Warte, hier ist noch... Hier ist noch ein Kraut. Katgar Schnurrbar. Hm. So. Bleibt da mal kurz zu stehen. Hm. Hm. Ein Schluss. Der ist schon wieder weg. Die wandern nämlich hier hinten auch. Deswegen. Also. Gucken wir mal weiter. Also hier rechts ist es gerade weggelaufen. Der läuft da hinten rum. Der ist nämlich jetzt hier rechts, glaube ich. Da ist er. Weiter hinten ist auch noch mal einer. Der ist auch noch was rot. Ja. Ich glaube, da kommen wir von der anderen Seite auch noch dran. Obwohl, wir können ja auch einmal reingucken, ne? Ja. Eben. Ich habe gerade... Hey, du blöder Skarabeus. So. Zack. Uh. Und drauf. Immer auf die Nase. Schön ist, die haben auch viel... Oh, da rennt noch jemand durch die Höhle. Nein. Ja, der macht die klein. Wie ist das aussieht. Ach, der ist größer, ne? Ja. Der macht den Erfolg. Dankeschön. Guck mal, der haut ja extra nicht drauf, bis wir draufgeschlagen haben. Das ist nett, oder? Das ist echt cool, ja. Na, guck mal. Zwei Stück noch, dann sind wir fertig. Hä? Jetzt kommt er wieder zurück. Ja, ja, der läuft extra zurück, damit er nicht alles pullt. Das ist wenigstens mal nett. Das nenne ich doch mal sehr nett. So, wir sind dann auch fertig. So, fertig. Wo ist er? Wer ist wo? Wo ist er weg? Der Typ da, der Gnom. Ja, der ist hinten wieder rausgerannt. Hm. So, schnell raus, bevor der Rest hier auch noch respawnt. Ja. Müssen ja nicht mehr kaputt schlagen, wie wir... Wie wir unbedingt müssen, für den nächsten. Oh, einer ist hier noch. Der wandert hier gerade. Ach, guck mal, den lassen wir gleich dem nächsten. Guten Tag und tschüss. Wir sind ja auch in den Seitengängen überall. Der hat ja alles stehen lassen in den Seitengängen. Ja, ja, klar. Braucht er ja im Endeffekt nicht, wenn er nur das kleine Viehzeug will. Nee, nee, der uns entgegen kam, der Schamane. Ja. Huch. Und da kommt der Nächste. Aber jetzt Glück. Ui. Ich hauke euch denn da die ganze Zeit. Schön, euch zu sehen. Pflück zehn Bungie-Glocken. Ja, dann fangen wir mal an, ne? Ich nehm gleich die hier unten. Naja. Da hinten ist auch noch eine. Die hole ich mir auch gleich noch. Ja, da hinten noch drei andere. Vier. Rennst du mir gerade hinterher? Ja, in dem Fall schon. Ja, warum rennst du denn nicht in die andere Richtung? Entschuldigung, weil ich gedacht hab, du hast die da hinten nicht gesehen. Ich steh doch direkt, ich lauf doch direkt vor dir. Ja. Ist doch blöd. Hab ich nicht gesehen. Ist doch blödsinn. Wenn wir in eine Richtung rennen. Wir klauen uns doch nur gegenseitig die Pflanze von der Nase. Ja. Ich dachte, ich geh da hinten, weil die so schön unerreichbar sind. Oder weil man sie halt einfach nicht so gut sieht. Deswegen bin ich auch in die Richtung gelaufen, weißt du? Ja, auf der anderen. Da ist eins. Soll ich mir mal unter Wasseratmung buffen? Ach, du bist doch doof. Ich weiß. Oder drüben ist irgendwo eins. Ja, du siehst die ja. Ich seh ja nur das Leuchten. Eben, genau. Deshalb bin ich eigentlich extra nach da hinten gerannt, weil ich nicht wusste, ob du dir die gesehen hast. Ja doch, die leuchten, die strahlen mich ja von... Ach, bist du jetzt auf der anderen Wasserseite? Okay. Ne, ich bin nicht auf der anderen Wasserseite. Ich bin jetzt wieder zurückgekommen. Ja, seh ich gerade. Jetzt, weil ich brauch nämlich auch noch fünf Stück. Ja, dann sammle du die. Ich muss mich ja anders leuchten. Da, guck mal. Direkt vor der Haustür ist eins gespawnt. Ach, die seh ich gar nicht mehr. Da bin ich schon zu weit weg. Direkt vor der Höhle ist eins gespawnt. Komm mal zu mir. Ich lauf gerade zu einem. Nee, nee, lauf du mal weiter. Die spawnen gerade wieder alle. Ist okay. Mach du mal. Mach du mal. Drei Stück fehlen mir noch. Jedes Mal, wenn ich aufsteige und vorwärts reiten will, kann ich wieder zurück reiten, weil wieder ein neues spawnt. Sie sind gerade so viele auf einem Haufen. Weiß ich gar nicht, welche sich zuerst flügt. So. Jetzt kann ich wieder ein Stück zurück. Einen spawnt vor mir, einen spawnt hinter mir. Ach, guck mal, jetzt kommt der Charmi. Dann reite ich mal in deine Richtung. Weil jetzt der Charmi gerade kommt. Ja. Das war hier... Acht. So, jetzt gucken wir mal hier runter. So, bei mir da ein Berg hoch ist auch nochmal eins. Willst du dir das holen? Da irgendwo? Ah ja, bis hier ist auch nochmal eins. Bei mir leuchtet hier nichts. Da leuchtet es eins. Ja, das ist in den Berg. So, wie es aussieht. So, eins brauche ich noch. Eins. Eins. Da oben. Hast du? Ich hab... Okay. Ich fall erst mal den Berg runter. Ist natürlich nicht so gut, ja. Ja, weil von hinten kommt der Charmi. So, jetzt siehst du... Ach, jetzt... Hinter mir sind jetzt auf einmal haufenweise gespawnt. So, die gehen wir ja bei Fiona ab. Ich warte da mal hier. Ach, die gehen wir bei Schaumbedeckte Beutel. Na, gucken wir mal, was da drin ist. Zehn Silber. Super. Wow. Bist reich. Ja. Wahnsinnig. Ja. Hätte ja sein können, dass was anderes drin ist. Ja, manchmal. Ich bastel hier grad das ganze Eisenerz zusammen. So. Hm. Weil ich krieg ja nur Nuggets. Ja, okay. Du musst auch immer zehn sammeln, damit du eins zusammenkriegst. Ja. Das dauert dann immer ein bisschen. Hm. Kenn ich. Hier wären auch noch überall Kräuter gewesen. Hast du gesehen? Nö. Doch, hier war grad auch noch eins auf dem Boden. Die schwarzen... Kann sein. Dieses schwarze Gestrüpp, was dir rumgammelt überall. Äh, aber ich hab nix gesehen. Auf der Minimap. Ich hab ja Kräutersuche an. Ja, aber du siehst, wenn die Quest fertig ist, dann siehst du die auch nicht mehr. Über die Buttons. Ach so. Ja. Dann sind die auch bei dir weg. Die siehst du nur so lange, wie du noch nicht fertig bist. Das ist normal. Korallje, die Unermüdliche. Das Rote Kreuz ist da. Oh. Service mit einem Lächeln. Das ist mein Motto. Service mit einem Lächeln. Geil. Hände. Oh, cool. Ausdauer, Crit und Tempo. Kein Wert drauf. Dieser Service ist unschlagbar. Dieser Service ist unschlagbar. So. Warte ich mal hier. Wollange müssen wir nämlich direkt den nächsten Spaten befreien, damit die weiterfährt. Ja. Na? Wie ist mal der eins weiter unten, gell? Ja, der ist ja vorne rechts rum. Ausdauer, Crit, Tempo. Und nehmen wir mal noch das da. So. Zack, 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 zack. Ja, kannst du reiten. Ich bin da. Gut. Also die Musik ist hier doch, äh, ja, ich reite mal eben zum Erz. Hier ist irgendwo eine Ader. Aber da ist ein Hund. Den wollte ich jetzt nicht haben. Aber, äh, 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 scheiße, diese Berge hier. Äh, äh, da ist auch ein Hund. Fuck. Äh, ich reite weiter. Das geht mir gerade so ein bisschen. Die sind manchmal so doof auf den Bergen drauf, dass du nicht drankommst. Aber hier komme ich dran. Was sind das hier eigentlich für komische Pflanzen? Ey, oh Hund! Der kleine Hund nervt. Oh, jetzt hat er mal einen Wichtel getötet. So, jetzt sind die... Ach du, reiche ich nicht komplett durch die Karpaten. Ja, weil hier ein Erz zu sehen war. Ich hab's 20... Ja, jetzt bist du eh schon fast beim, beim Quest-Feder. Ja, ich muss nur mal einen Wichtel gleich nochmal neu. Dingsen. So. Jetzt haben wir ja den Typen hier. Ehre den Sindurai. Ehre den Sindurai. Das haben wir ja früher auch 10.000 Mal gehört, ne? Ah. Ja. Auf der Insel. So. Wichtel lebt. Ich weiß ja nicht, wo du bist da. Ich hab mein... Ich bin jetzt beim Fragezeichen. Ja, ja, ich hab meinen Typen schon. Ich jetzt auch. So. Dann würde ich sagen, weil von hinten nämlich gerade die anderen kommen. Auf sie mit Gebrüll. Wir müssen ja, wie... Was war das von dir? Genau. Was ist Geburt? Fünf Stücke tötet. Ja, ja. So. Ich nehm schon mal die nächste Gruppe. Ja, ja, ich hab glaube ich beide Typen... Dein Typ ist nämlich auch gerade hier. So. 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 Ich geh schon mal zur nächsten. Ja. Ich mein, die kleinen, die kann ja jeder von uns alleine. Die kriegen wir ja locker. Geht halt nur darum, dass... Weil da nämlich auch gerade die anderen noch kommen. Hm. Und der Typ, der schafft das ja hier... Fast alleine. So. Nimm die rechte, nimmst du die linke? Jo. Dann sind wir auch fertig. Und hinter mir war gerade noch ein Erz. Ja, ja. Bei mir ist ja irgendwo noch ein Kräuter. So. Hat gar schon mal dort. Beruf da. So. Moppy tot. Oh, ich hab erst vier, fünf... Ah, du bist... Ja, ja. Meiner lebt noch. So. Was ich schon wissen kann. Ja. Zehn... Ne, jetzt müssen wir zehn Hunde töten. Ja, also. Ja, die Hunde, die rennen ja hier überall zwischen den Dingern durch. Ja, ich hole mir da oben noch den Katra Schnurrbart und du rührst dir dein Erz. Genau. Und auf dem Rückweg klatschen wir dann Köter. Ja. Die sind ja... Zumassen. Die gehen ja überall auf den Keks. Genau. Und die brauchen wir uns bestimmt nicht streiten. Ah, sagt das mal nicht. Manchmal muss man sich auch um die Viecher streiten. Ich hab das auch schon erlebt, da war ja alles tot. Ja, da war grad jemand wahrscheinlich dann auf Lederjagd, hm? Ne, das ist... Ja. So. Mal looken. Rechts gucken, links gucken. Hier ist rechts übrigens auch, glaub ich, ein Kraut gewesen. Hier sind nämlich auch überall tote Hunde. Ja. Ich reite hier gerade... Gucken auf der anderen Seite vielleicht. Weil die sind ja auf beiden Seiten vertreten. Ich hab hier noch zwei Kräuter, die hol ich noch schnell, dann komm ich hinterher. Joa, ich hab den ersten Hund schon. Oh, Sonnenkranz. Das ist cool. Ah, Sonnenkranz.